Hallo Leute und herzlich willkommen zu, warte mal kurz, Spooky House heißt das Spiel einfach nur. Ja, es wird einem nichts erklärt, man wird einfach hier reingeschmissen und ja, dann geht's los. Wir sind hier, keine Ahnung wo, in dem Haus. Achso, Left Click, okay. Ah, chillig. Okay, ähm. Oh, lol. Okay, irgendwie nicht so richtig. Oh, ähm. Ich weiß nicht, um was das ist, geht in diesem Spiel, hä? Achso, Jump. Vielleicht ist da auch noch so ein kleines Tutorial. So. Grouch. Hier könnt ihr wieder aufstehen. Ah, lol. Und hier? Okay, nee. Machen wir hier mal Licht. Ach, ne Treppe. Hier Regen. So, machen wir hier mal zu. Also, ist auf jeden Fall schönes Spiel. Oh, das macht safe Geräusche. Ja. Oh, ich bin rausgetabt. Okay, warte mal kurz. So. Jetzt tab ich nicht mehr raus. Ah, das sind meine Steps. Habt ihr schon. Ähm. Okay. Ist das dunkel? Ah, das ist eine Wand. Wollte gerade sagen, Alter, ist das dunkel. Okay. Aber es ist auch ziemlich dunkel. Ähm. Ist einfach so ein Uhrkasten. Das Licht lassen wir auch mal an. Da sind Bücher, die kann ich auch rumwerfen. Warte mal. Ich hab. Oh. Hahaha. Oh, nee, warte. Das gibt Copyright. Mach aus. Das Zeug. Hahaha. Hauptsache. Es kommt einfach dieses Lied, Alter. Okay. Ich glaube, hier müssen wir noch irgendein Ding suchen. Ein Code. Locker das so. Okay, da gehen wir gleich hin. Aber hier ist noch Licht. Nein, ach man. Jetzt ist da die ganze Zeit diese Musik. Ist das jetzt noch zu? Ah, ein Schlüssel. Toll. Ähm. Aber wir gehen. Können wir es kurz ausmachen. Gott. Ich glaube, jetzt... Nee. Jetzt geht es los, Leute. Die können nicht... Ach, Hilfe. The block is broken. Find another way to escape. Ah, toll. Okay. Aber ja, das... Also, das... Lied ist so ein bisschen verstellt. Deswegen ist es nicht so schlimm. Wegen dem Copyright. Ich hoffe, dass mir den Sounds passt. Das ist zu. Ist er aufgehört? Ah, Leute. Hier ist es. Hier denn? Ah, das kann ich mir scheinbar verstecken. Nice to know. Gehen wir mal hoch. Gucken wir mal... ...und Spiegel. Ich fern mal ein sehr großes Haus. Feinbar. Ähm. Ah. Hilder. Hier sind wir so mit zum Verstecken. Stabil auf jeden Fall. Hier unser Bett. Sieht so ein bisschen mittelalterlich aus mit diesem Dings. Hatten die doch auch immer, oder nicht? Oh, Licht, Alter. Oh, ein Badezimmer. Was ist das? Left-click to rotate. Wow. Warte mal. Alter. Jetzt habe ich das andere nicht... Ah. Hm? Irgendwo ist ein Telefon. Oh, nee. Wieso habe ich dieses Bild aufgehoben? Komm ja schon. Ruhig. Ruhig. So. You have one unheard message. Please enter the three-digit password. Followed by the pound key. Pound key brauchen wir jetzt. Ha. Lol. Um diese Message wieder anzuhören. Äh. Okay. Weird flags, but okay. Oh. Ich bin ein bisschen angespannt. Ähm. Wieso steht jetzt Left-click to sprint? Ich bin ja hier nicht durch. Also... 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 Immer raus. Das Ticken macht mich nervöser. Ähm. Oh. Garten. Gibt hier irgendwas drauf. Ein 8. Ah. Okay. Warte mal. 3. 8. Und... 4. Ah. Jetzt ist hier zu. Toll. Machen wir auch raus. Ähm. Ähm. Hä? Ah. Warte mal. Ja. Oh. Ich bin nicht schlau. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber... Ich dachte kurz hätte, das ist Knossi. Ähm. Okay. Geht das hier jetzt auch auf? Dann haben wir so ein bisschen Licht. Na geil. Ähm. Hier ist ein Buch. Steht aber nichts drin. Alles klar. Ist hier sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Ja. Und was sollen wir jetzt machen? Geht halt nicht auf, ne? Vielleicht müssen wir die Lichter anmachen. Als wenn ich was ausbringen sollte, aber... Keine Ahnung. Ja, Leute. Ähm. Ich habe jetzt hier noch eine ganze Weile ausprobiert. Alles mögliche mit diesen Lichtern, Tickern, diesen Karten noch. Davor die Tür. Versuch aufzumachen. Schlussendlich habe ich gedacht, ja, vielleicht muss ich hier hochspringen und so. Und jetzt bin ich nach hier unten gefallen und komme hier nicht mehr raus. Ich habe ja auch schon versucht, hier die Tür zu backen. Oh, das hat auch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel broken ist oder ob es so sein muss. Auf jeden Fall war es das, diese Folge. The Creepy House. Oder einfach Creepy House. Ähm. Ja, vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Part. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich hier nicht raus. Wow, ist gerade übelst geleckt. Und irgendwie gibt es halt ja auch kein Menü. Da gibt es einfach nichts. Naja. Das Ding ist, ich kann das hier halt auch nicht wegnehmen oder so. Naja. Und ich komme hier halt auch nicht durch. Ja. Naja. Was soll ich. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Creepy House. Vielleicht kommt es noch irgendwann mal. Ich weiß es noch nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.